In diesem Video schauen wir, ob sich die neue SPC von Calvert-Lewine lohnt oder nicht. Viel Spaß! Calvert-Lewine spielt in der Premier League für Everton und hat leider nur 3 Sterne Skates sowie 3 Sterne Weakfoot. Seine Stärken liegen besonders in der Physis- und im Kopfballspiel. Die Schusswerte und der Sprintwerte sind dazu okay. Er ist schwach, sind 77 Beweglichkeit und plus 69 Balance. Auch 82 Antritt sind nicht besonders gut. Dazu sind die Passwerte auch eher schlecht. Es gibt also noch einige Baustellen. Als Chemistry-Style würden wir Finisher empfehlen, um die Schusswerte und vor allem die Dribbling-Werte noch zu verbessern. Calvert-Lewine sollte eigentlich einfach in jedes Team passen. Gut verbinden kann man ihn zum Beispiel mit Sterling, Rashford oder Henderson. Die SPC kostet insgesamt schon jetzt 64.000, was ziemlich viel ist. Dazu bekommen wir noch Packs im Wert von etwa 30.000. Von den Werten her ziemlich ähnlich zu Calvert-Lewine ist zum Beispiel Ante Rebic für aktuell 3,5.000. Aus der Premier League gibt es dann noch Vardy mit deutlich besseren Werten für knapp 100.000 oder Antonio von West Ham als billige Variante für etwa 3.000. Dieser hat sogar 4 Sterne Skates und hat wie Calvert-Lewine auch die Stärken in der Physis- und im Kopfballspiel. Dazu kann er besser passen und hat bessere Werte bei Beweglichkeit und Balance. Sollte man die SPC also eher machen oder lassen? Wir würden euch eher abraten, die SPC zu machen. Die Karte hat auch mit Camus Desai immer noch schlechte Werte. Er bringt nicht den besten Antritt mit, passen und Dribbling sind auch eher schwach. Dazu hat er nur 3 Sterne Reakfoot und 3 Sterne Skills. Es gibt günstigere oder teurere Varianten zu ihm. Außerdem ist der SPC-Preis für aktuell über 60.000 einfach zu viel für so eine Karte. Wenn man jedoch genauso einen Spielertypen sucht, kann man ihn natürlich trotzdem abschließen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.